Oh, wild Leute. Achtet auf den Mate. Lachen, man. Da kann man sich gar nicht konzentrieren. Oh, nice, man. Nice. Ah, ihr habt hier richtig reingeballert. Erdbeere und Kambi. Ja, nice. Flip-Reset, Double-Touch. Aber auch Training wahrscheinlich, ne? Hast du auch noch irgendwas aus dem Spielverlauf raus? Würde mich mal auch interessieren. Also außer jetzt die normalen Dinger. Ob du da auch noch ein Flip-Reset hast? Wir werden es sehen, Leute. Hier, der Maybe. A0-Boost. Schöner Pass, schön abgelegt. Nice. Nice. Erdbeere, eine weitere Erdbeere hier am Start. Das war, glaube ich, alles in einem Game, oder? Kann das sein? Ja, könnte hinkommen. Schöne Pass-Plays auf jeden. Das ist auch sehr unterschätzt, ne? Das mit den Pass-Plays, wenn man das mit seinen, äh... Ähm... Gegnern hier, äh... Mit seinen Mates macht. Das, ähm... Das muss man auch schon üben. Was ist das hier eigentlich, Leute? Für ein Gewinner, Leo? Kannst du darauf reagieren im nächsten Stream? Mal gucken, was er hier war. I don't know. Gewinner, Leo. Du hast ein Item hochgetradet. Ist das viel wert? Ich weiß es gar nicht, Leute. Ich weiß es nicht. So, ich hab reagiert. Kann ich ein Häkchen dran setzen? So, Erdbeere nochmal. Guter Read, Mann. Guter Read. Nice. Und jetzt, wie gesagt, die Dinger noch in, ähm... In Ranked umsetzen. Weil ich glaub, das ist Trainingspack oder so. Aber so fängt man halt an, wie gesagt. Nice, das Ding, Mann. So, Professor Delanowski. Haben wir jetzt hier am Start. Mal einen wehen anders. Mal gucken, was er hier gemacht hat. Oh! Oh! Wild, Leute. Achtet auf den Mate. Der Klassiker. Random Mate, maybe. Wild, Leute. Das ist ja schon wirklich ein Fail hier. Er schießt jetzt maybe auch noch daneben. Nee, okay. Der geht rein. Das war schon hart von seinem Mate. Der hätte ja auch direkt machen können. Game B wieder. Game B hart vertreten und Erdbeerechen. Schön gechillt hier. Nicht richtig verstanden, warum, ähm... Der Gegner weggefahren ist. Aber ein nicer Air Triple from Ground. Vor allem, man hört's gleich. Er hat den zweiten Sprung als neutralen Jump nach oben benutzt, um nochmal näher an den Ball zu kommen. Achtung. Ich mach mal lauter. Da war er. Okay, ist sehr laut jetzt. Aber man hat's, glaub ich, gehört, Leute. Schönes Tor, Mann. Schön in die Mitte gelegt. Also Passplay läuft bei euch aber, Erdbeerechen. Ist das ein... Spielst du immer mit dem gleichen Mate? Oder wie ist das? Das Passplay läuft bei euch, Mann. Gut reagiert. Der kam auch richtig flott von deinem Mate. Schöner Shot auch noch. Stark. Mhm, mhm, mhm. Wieder Passplay eventuell. Oh, äh, ich dachte kurz Doink. Aber du hast noch geflickt, deshalb keinen Doink. Aber noch... Wahrscheinlich das Game noch gerettet. Beziehungsweise, äh, für euch entschieden. Bei 36 Sekunden auf der Uhr. Und es 2-1 gemacht. Nicees Ding, Mann. So, was haben wir hier? Das ist noch relativ früh im Game jetzt. Ein bisschen Chaos hier. Uff, uff. Du bist ein Unlucky natürlich hier. Also das ist natürlich... Ich persönlich wäre da, glaube ich, gar nicht hingefahren. Aber ich verstehe es halt, warum du den aufgedrückt hast. Und hat ja auch funktioniert. Easy. So, dann haben wir hier nochmal was in Full HD 4K. Kappa? Wer hat das reingesendet? Ähm, ah ja, hier. Das war, ähm, Maurice. Maurice. Let's go. Flip Reset. Musty Double Tap. Nice, Mann. Nicer Shot. Aber wahrscheinlich auch im Training, ne? Ja, sieht so aus. Ist hier auch gewartet aufs Tournament. Nice gemacht, Mann. So, KMB. In Hoops. Hoops zockt ja auch gerne, oder? Schöner Save. Sorry. Ah, das war's, Leute. Uff. Der Save. Ja, war knapp auf jeden. Nice. Delanovski haben wir hier nochmal. Ja, Hoops ist auch beliebt bei euch auf jeden. Wettmatch Hoops eventuell. Oder Turnier. Sehr viel Zeit halt natürlich auch. Double Touch. Also, ich kann das ja gar nicht abschätzen persönlich, wie der Ball bounce in Hoops. Da bin ich halt komplett lost, Mann. Ich hab's aber auch nie wirklich exzessiv gezockt. Dann haben wir jetzt noch was von Tibelo. Hat er maybe gerade vorhin reingesendet. Weil er meinte ja noch, dass da, äh, dass er noch was reinballert. Ja, noch schnell Gas gegeben. Oh, ja. Das war mal, also, nice, Mann. Das war auch sehr clean, Leute. In der Decke abgesprungen. Reflip. Double Touch. Und dann noch Top Corner, theoretisch. Weil wegen langen Eck und so. Stark, Mann. Nochmal ein bisschen was reingehauen in den Kasten. Ja, warum nicht, Tibelo? Warum nicht? By the way, äh, wo wir gerade bei reinhauen sind. Du kannst auch gerne, falls du's noch nicht schon gemacht hast, dich fürs Giveaway einmal anmelden. Wir haben hier jetzt immer tägliche Giveaways. Also, gerne auch Ausrufe... Lachen, Mann. Da kann man sich gar nicht konzentrieren. Also, gerne auch Ausrufezeichen Raffle in den Chat, wenn du mitmachen willst. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben, Leute? Delanowski hatten wir, glaube ich. Ah, ja, hier. Tibelo. Ähm. Kamera. It's Toxic. Okay. Offen, Tibelo. Let's go. Der Bounce alleine schon. Oh, schöner Follow-up, Mann. Das war mal richtig clean, das Ding, Leute. Jetzt hier, das Beste kommt zum Schluss, oder wie, Tibelo? Der Bounce hier. Strange, Mann. Ich dachte kurz, du gehst hier zum Flip-Reset. An der Stelle. Ah, noch ein Stück zurück. Achtung. Hier. Wäre nämlich theoretisch auch möglich gewesen, dass du da so noch so ein bisschen nach unten gehst. Aber nice. Hast dich für den sicheren Weg auf jeden entschieden. Richtig schön, Mann. So, da haben wir jetzt hier noch ein paar Mati-Velo. Die nächsten 20. Dachte mir, der hat den dann. Ja, wahrscheinlich. Tatsächlich, ja. Ich habe nur kurz so im ersten Moment gedacht, ah, ja, maybe Flip-Reset. Aber nice gemacht, ey. Das sah richtig clean aus. Und hier, das war jetzt wohl auf der neuen, ähm, Corridor Rocket Labs Map. Immer so schwierig auszusprechen. Oh, was ist eine Karre hier? Let's go. Was ist das für eine Karre? Kenn ich gar nicht. Eine riesige... Ah, was... Leute, was ist das für ein Schiff? Die kenn ich gar nicht, Leute. Lost. Sieht nice aus. Schöner Double auch, by the way. Frostcar. Haben wir jetzt. Hatten wir noch gar nicht. War das von Foscar? Das hier ist von Tivelo. I don't know. Das auch. Oder sind die alle von dir, Tivelo? Oder ist das von Foscar? Ich blicke gerade nicht durch. Ich glaube, es ist von Foscar. Sagt mir nur gar nichts der Name. Oha, ein Rumble anscheinend. Ja, definitiv. Oh, nice, man. Nice. Auch hier mit dem Flip-Reset noch zwischendrin. Hier. Zack. Schönes Ding, Mann. Und dann noch am Schluss geused. Not bad. Sind alle von mir, aber mit verschiedenen Accounts. Ach so, verstehe. Verstehe, Mann. Schön gemacht. Die Velopower hier. Auch wieder im Rumble. Oha, was passiert jetzt, Mann? Nice geused, Mann. Nice, ja. Wo war es mit vor. Schönes Ding, ey. Dann haben wir hier noch was von Maurice. Sehr grün hier. Uff. Nice play. Oha, nochmal drüber. Aber ex... Boah, stabil, Mann. Stabil, Mann. Also, man hätte den auch früher reinmachen können. Stabil, ey. Ich dachte, der... Hier, der geht schon rein. Aber wir müssen nochmal ganz zurück machen. Richtig gut. Ein Kontakt. Zwei. Drei. Und jetzt geht hier zu. Easy. Keine Ahnung, wieso. Vier. Ja, fünf Wahlkontakte, Mann. Stabil. Freestyle, du. Ja, das sah schon richtig nice aus, Mann. KMB hat hier nochmal was. Mhm, mhm. Oh, interesting. Ja, schön gemacht. Man muss dazu sagen, natürlich jetzt hier auch im Training. Aber mit den... Man muss immer, wenn man... Die kann ich halt gar nicht, Leute. Man muss immer so auf die Schnauze aufkommen. Auf der Hitbox-Kante, ne? Oder wie, dass man so backbounced. Das kriege ich halt noch gar nicht so hin. Habe ich aber auch noch nie mein Augenmerk draufgelegt. Schönes Shot. Schönes Shot. So, und die letzte für heute. Die letzte, ähm, von... Ähm... Hinter dem Fehler im Bild. What? Von Erdbeere. Nice reingedrückt. Äh, ist ein Fehler im Bild. Ad P2C, Ad Turtle. Finde... Finde den Fehler im Bild. Was für ein Fehler, Leute? Drei Clips schon, äh, mit mir, glaube ich. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Man sieht ja auch nichts hier. Die Quali ist jetzt nicht so pralle. Aber, oder meinst du, dass hier oben was geschrieben war auch? Ich habe nicht wirklich drauf geachtet die ganze Zeit. War eher random. Nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. So, das war's, Leute. Mit den Clips. Nice. Schönes Ding. Danke, dass ihr so viel reingeballert habt hier. etschlandzibijich. TschüssiRadio. Happn. Auf Wiedersehen. Ciao. Was ja zu. Will outer. Bindung Redeln.